Ja, jetzt sind wir gerade wieder beim Abstieg. Aber man kann natürlich jetzt auch noch gut die Türme von der Johannesskirche loswerden. Und vom Lobentil. Und die Hochhäuser hier ein bisschen Richtung dem Markt, wo ich mal gucke. Hier unten sieht man jetzt natürlich einen Teil von dem Bundesgarten. Und dann geht es auch so ruhig. Die hat hier auch ganz schön gemacht. Auch ziemlich groß natürlich. Ja, es ist natürlich jetzt heute ein bisschen windig, aber schön. Es war eine schöne Aussicht da oben auf dem Thron. Es waren dann leider nicht 60, sondern nur 40 Meter. Und hier gibt natürlich so eine Schwebeband, so eine Panoramaband über das Gelände, wie man hier eine Schiene sehen kann. Aber das wollte man ja jetzt nicht machen. Na ja, hier sieht man natürlich jetzt so schön vollkommen kalt. Wenn man jetzt speichert. Ich weiß nicht, ob es die beste ist. Wenn man ja diesen bisschen, dann geht das so schön. Wenn man sich dann schon weil, dann gehe ich nochmal nach. Wenn man sich dann ja das so schön flucht und da anche. Wenn man von mir jetzt jetzt bei mir läuft, dann geht es schon mal nach. Es geht dann einfach weg. Es geht dann einfach weg. Wachbar.